Der Terrorismus wird oft als eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit der Bevölkerung und der Staaten empfunden. Handelt es sich dabei um ein globales Phänomen oder um einzelne Aktionen? Anhand von Landkarten lassen sich verschiedene Situationen ausmachen und genauer beurteilen. Dazu zeichnen wir auf der Weltkarte die wichtigsten Terroranschläge ein, die seit dem 11. September 2001 verübt wurden. All diese Orte und Jahreszahlen erwecken den Eindruck, als sei der Terrorismus inzwischen eine globale Erscheinung, der bedeutende Schäden verursacht. Etwa 3000 Tote in New York und Washington, 200 in einer Diskothek in Bali und 190 in Vorortzügen in Madrid. Aber ist das das einzige Kriterium? Mit ihren Anschlägen wollen Terroristen nicht nur möglichst viele Menschen töten, sondern auch Reaktionen auslösen. Und das gelingt ihnen recht gut. Im Libanon brachten sie im Februar 2005 durch die Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri die Stabilität des Landes erneut ins Wanken. Und wir haben längst nicht alle Anschläge eingezeichnet. Das ganze Jahr über werden in Pakistan und Afghanistan Dutzende von Anschlägen verübt. Und dazu kommt nun auch noch der Irak. Zur Erinnerung. In London und Washington rechtfertigte man die Intervention im Irak mit der angeblichen Lagerung von Massenvernichtungswaffen und den Verbindungen zwischen dem irakischen Regime und Al-Qaida. Man erklärte den Global War on Terror. Allerdings trat das Gegenteil dessen ein, was man beabsichtigt hatte. Die Verbindungen zwischen dem irakischen Regime und Al-Qaida konnten nicht nachgewiesen werden. Und erst nach der Intervention im Irak blühte der Terrorismus dort auf. Der US-Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus zufolge starben 2006 bei Anschlägen weltweit insgesamt 20.000 Menschen. Davon 13.000 im Irak. Der Terrorismus, der inzwischen in vielfältigen Formen auftaucht, hat sich seit etwa 20 Jahren erheblich verändert. Bis Anfang der 90er Jahre gab es mehrere Bewegungen, die Terroranschläge als eine Form der militärischen oder politischen Aktion verübten. Die IRA in Nordirland, die ETA im Baskenland, der leuchtende Pfad in Peru und manche palästinensische Gruppen gegen den israelischen Staat. Nichts verband diese Gruppen aber miteinander, jede hatte ihre eigenen nationalen bzw. regionalen Ziele. In den 90er Jahren entwickelte sich dann ein globaler, äußerst medienwirksamer Terrorismus im Zusammenhang mit dem islamischen Fundamentalismus. Und nach einer Reihe von politischen Ereignissen entstand das sunnitische Netzwerk Al-Qaida. Diese Ereignisse wollen wir uns kurz in Erinnerung rufen. Das erste war der afghanische Bürgerkrieg in den 80er Jahren. Nachdem Ende 1979 sowjetische Truppen das Land besetzt hatten, begann der afghanische Widerstand, der später von den USA und Saudi-Arabien unterstützt wurde und der vom benachbarten Pakistan aus operierte. Diesem Widerstand schlossen sich Kämpfer aus den Golfstaaten, aus Ägypten und aus anderen Ländern an, denen sich in Afghanistan die Gelegenheit bot, einen Kampf zur Verteidigung des Islam zu führen, den Dschihad. Einer ihrer Anführer war der Saudi-Araber Osama Bin Laden. Er baute in Peshawah ein Netz aus ausländischen Dschihadisten auf und gründete Al-Qaida. Arabisch für die Basis. Die arabischen Widerstandskämpfer leisteten nur einen geringen Beitrag zum Sieg über die sowjetischen Truppen, aber sie schmückten sich damit und kehrten in ihre Heimatländer zurück, um dort den Kampf fortzusetzen. Das zweite Ereignis war in den 90er Jahren die Zunahme der Konflikte in Regionen mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. In Bosnien-Herzegowina, Tschetschenien und Kaschmir. An all diesen Fronten zogen die Gotteskrieger in den Kampf mit unterschiedlichem Erfolg. In Tschetschenien führte der Einfluss Al-Qaidas dazu, dass die russische Armee ihre Unterdrückungsmaßnahmen verstärkte und war verheerend für den tschetschenischen Widerstand. Das dritte Ereignis war die Machtergreifung der fundamentalistischen Taliban in Kabul. Bin Laden schloss 1996 ein Bündnis mit dem Regime, damit seine Organisation von einem sicheren Gebiet aus operieren konnte. Die Anschläge gegen amerikanische Einrichtungen in Saudi-Arabien im Jahre 1996 sowie die gegen US-Botschaften in Tansania und Kenia im Jahre 1998 wurden Al-Qaida zugeordnet und waren ein Vorgeschmack auf die Anschläge vom 11. September 2001. Als das Taliban-Regime von einer amerikanisch-afghanischen Koalition gestürzt wurde, brach im Herbst 2001 auch die Organisation von Al-Qaida zusammen. Aber als die USA im Irak 2003 eine neue Front eröffneten, bot sich dem Terrornetzwerk wieder ein Gebiet für seine Aktionen und seine Ausbildung. Im Irak agieren inzwischen Dschihadisten aus Saudi-Arabien, Syrien, Libyen und dem übrigen Nordafrika. Al-Qaida ist eine internationale Bewegung, was seine Mitglieder und seine Ziele betrifft. Eine fundamentalistische Herrschaft von Marokko bis Indonesien. Dabei bezieht es sich auf den Begriff Dar al-Islam, das Haus des Islam, mit dem früher alle Gebiete bezeichnet wurden, in denen unter den ersten Kalifen und den Umayyaden und Abassiden Muslime lebten. Dieses ursprüngliche Kalifat gilt es wiederherzustellen. Das ergibt allerdings heute keinen Sinn mehr. Die muslimische Welt ist in zwei große Richtungen gespalten, die Sunniten und die Schiiten, die wiederum in zahlreiche Schulen aufgeteilt sind. So stehen sich unter anderem Perser, Araber und Türken gegenüber, die einander nicht gerade schätzen. Untereinander zerstritten sind aber auch die Staaten, deren Herrscher nichts von ihrer Macht abgeben wollen. Deshalb kann Al-Qaida die Unzufriedenheit der Muslime gegenüber ihren autoritären Regimen ausnutzen, die fast ausnahmslos von den USA unterstützt werden. Dazu zwei Beispiele. Die USA sind mit Ägypten verbündet, wo es seit 1981 keinen Machtwechsel mehr gegeben hat. Wenn dort freie Wahlen stattfänden, hätten die Fundamentalisten höchstwahrscheinlich die Macht im Parlament. Die USA sind auch mit Saudi-Arabien verbündet und unterhalten dort eine starke Militärpräsenz seit dem Golfkrieg von 1991. Das empfinden die islamischen Fundamentalisten als Sakrileg. Denn in Saudi-Arabien befinden sich die heiligen islamischen Städten Mekka und Medina. Al-Qaida hat also mehrere Ziele. Das sind eine Menge Gegner und die Anschlagsziele von Al-Qaida scheinen umso globaler als Bin Laden, und als Awahiri das Internet zu nutzen wissen, um ihre Anschläge vorzubereiten und sich dazu zu bekennen. Aber Al-Qaida ist nicht die Kommandozentrale aller terroristischen Aktionen und manche Bewegungen haben ihre eigene Geschichte. So hieß zum Beispiel die 2006 gegründete Al-Qaida-Organisation für den islamischen Maghreb, vorher Salafistengruppe für Predigt und Kampf. Sie bekämpft vor allem Frankreich und die nordafrikanischen Regime. Außerdem schreibt man Al-Qaida mehr Anschläge zu, als die Gruppe verübt. Die Bombenanschläge vom Juni 2005 in London wurden nicht von Ausländern verübt, sondern von jungen, gut integrierten Briten, die keine direkte Verbindung zu Al-Qaida hatten. Schließlich haben mehrere Terrorgruppen lokale oder nationale, aber keine globalen Ziele. So kämpft die Hamas im Gazastreifen gegen Israel und um die Macht in einem zukünftigen palästinensischen Staat. Im Libanon wird die Hezbollah vom Iran unterstützt. Sie verteidigt die Interessen der libanesischen Schiiten und bekämpft Israel. Bei der Definition des Terrorismus an sich gibt es ein grundlegendes Problem, denn man verwechselt die Methoden mit den Zielen, den Zweck mit den Mitteln. Terrorismus ist in erster Linie eine Art und Weise des Handelns und eine kommunikative Waffe, aber sicherlich kein globaler Gegner. Die heutigen Terroranschläge werden von vereinzelten Bewegungen mit unterschiedlichen Zielen ausgeübt. Die Bedrohungen sind schwer einzuschätzen, vor allem aufgrund der Zunahme von Selbstmordanschlägen. Aber die Vorstellung der amerikanischen Regierung vom globalen Terrorismus und vom Krieg gegen den Terror ist falsch. Damit will man ideologisch mobilisieren, aber sowohl politisch als auch militärisch führt sie in die Irre. Man kann nicht gleichzeitig Krieg gegen Al-Qaida, die Taliban, die Hezbollah und den Iran führen und dabei denken, es handele sich um denselben Feind. Untertitelung des Zielen